Somit herzlich willkommen wieder bei Speck of the Line, bei Kapitel 8, das Tor. Oh, ich wollte gerade spüren. Ja, das glaubt auch nur er. Gehen wir mal hier wundersch... Oh, oh. Ein Rückblick. Oder doch nicht. Sah so aus wie neu. Entschuldigung. Adams, kümmere dich um die Wache. Bin dabei. Klar, stehe voll offensichtlich da. Das hört man auch nicht, wenn man irgendwo hinterspringt, aber okay. Schlaf gut, Wichser. Okay, Logo. Wer ist unser Gegner? Eine Armee. Obgeschätzt. Allerdings. Wie kommen wir da durch? Das könnte helfen. Okay, mach's klar. Das ist wohl ein Witz, oder? Das ist weißer Phosphor. Ich weiß, was das ist. Ihr wisst, was das Zeug anrichtet. Das können wir nicht tun. Wir haben vielleicht keine Wahl, Logo. Man hat immer eine Wahl. Nein. Haben wir nicht. Ich würde das auch nicht anwenden, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ich weiß aber auch nicht, wohin. Achso, ich ziele wahrscheinlich mit dem Computer hier. Okay, bereit zum Feuern. Ist das ein Befehl? Ja, ist es. Gut. Starte Kamera. Kamera online, Sir. Zielerfassung online. Bereit? Wir wären dann soweit. Überhaupt nicht auf. Okay, jetzt hier. Feuer auf mein Ziel. Du musst die RPGs ausschalten. Halt die Mörser vor. RPGs neutralisiert. Schalt die Striker aus. Feier. Lade Mörser. Feier. Lade Mörser. Scharfschätzen erledigt. Mach da auf, ne? Feuer. Lade Mörser. Feier. Reite Mörser vor. Viele Soldaten bei den Hammer. Mach schon. Ja, ich feuer. Ja, ja schon. Amby ist zerstört. Was haben wir noch? Bisschen ist zu. Warte. So sind wir zivilisten? Heiz in ein. Das wird keine Zivilisten töten. Oh. Okay. Ich habe jetzt irgendwelche Zivilisten, glaube ich. Habe ich mich gerade selber angeschossen? Oh, okay. Das war's. Er hat recht, Walker. Okay. Das war's. Ja, wie komme ich hier raus? Ah, okay. Los, runter da. Ich will beim Gate sein, bevor Verstärkung anrückt. Alter. Das waren wir. Wir sind doch kein Stück besser wie die, oder? Das ist ja ein puders Massaker. Wahrscheinlich mit Kollateralschälen und so. Das können wir ja alles nicht wissen. Hm. Okay, muss nachladen. Das, das war zu viel. Ja, das war... Nicht reden. Was hast du gesagt? Er meint, der Rauch ist giftig. Halt sie bei den Mund. Ja, klar. Großer Gott. Ich mach nur Gnadenschüsse. Also ich glaub, keiner will damit... Phosphor vergiftet. Ähm. Äh. Mit einem Bein rumkrabbeln und Phosphor vergiftet und so. Ich glaub, da will keiner, äh... Weiterleben. Wir können nichts für ihn tun. Hilfe! Da! Wo denn? Tötet mich! Bitte! Ich seh niemanden. Ich dachte ja... Von seinem Leid erlösen, aber... Geht's noch lang? Da? Ne. Da durch? Ne. Hä? Ah. Okay. Drüberspringen. Au. Was? Kommt hier mit den Beinen. Er ist schon tot. Was mach... Was macht der da? Wie doof sie das denn? Oh, wie das ausschaut. Schade nach. Oh, ey, das muss ein schlimmer Tod sein. Warum? Habt ihr euch selbst eingebrockt? Wir wollten helfen. Was? Oh, nein. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Das waren Zivilisten. Ich hab's gesagt. Das hatten wir noch erkannt. Sind das... Zivilisten? Wo kommen die her? Hier gibt's kein Lager. Die haben's aus dem Nest verschleppt. Aus dem Hotel an der Sturmwand? Nein. Nein, nein. Das hier können nicht die entführten Zivilisten sein. Unmöglich! Doch, sie sind's. Darum hat Gould den Laden gestürmt. Er wollte gar nicht das Gate. Er wollte seine Leute retten. Das ist deine Schuld, verdammt! Hör wir uns auf, Lugo. Aber so ist es. Er wollte es nicht hören. Wir wollen keine Wahl. Er hat uns zu verdammten Killern gemacht. Wir müssen weiter. Was? Hier kommt jeden Moment Verstärkung an. Wir müssen weiter. Aber Walker... Du... Du willst? Ich sorg dafür, dass die Schweine büßen für ihre Taten. Also seid ihr dabei oder nicht? Boah, ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Ui, leckum hier. Wir waren... Wir sind eindeutig schuld daran jetzt, dass die Zivilisten... Weil ich hab schon... Als wir in der Sicht waren... Und die Mörse abgeschossen haben... Da hab ich doch schon gesagt, das sind Zivilisten. Da will ich nicht hinschießen. Feuer erwidern und vorrücken! Die stehen besser als wir! Ist mir egal. Wir nehmen das Gate! Schalt's ihn aus! Ja, 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 ich bin schon wegs. Ich hab' ich schuss, geh' in Deckung! Ah... Ach verdammt noch mal! Muss nachladen, Leute. Welche Schrofflinte? Ah, sag nichts, dass ich schon wieder keine Muni hab, oder? Hä, wisst ihr, wie viel Scheiß er, Alter? Ah, meine Güte. Ja, gut, ich hab keine Muni, ne? Muss irgendwie nach vorne kommen und Muni... Achso, die gehören zu mir, okay. Jo, einmal noch Waffe tauschen. Muss ich doch was machen? Kann ich da irgendein Geheimnis finden? Muss ich halt springen? Nee. Na ja, ich renne ja schon mit vor. Sie können nicht mehr weg. Erledigt sie. Oh, jetzt hab ich meine eigenen Typen umgebracht. Ich mach 10, ich mach die anderen. Nein. Nee, 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 nee. Mach ich halt wieder allein. Alle beide. Ja, die lebt noch. Ja, wir gehen mal langsam runter. Ach, oben sind auch welche? Nee. Habt das Schrein! Wörfe Kanäte! Okay, er ist gut! Weitere Feinde im Anmarsch! Da hört sich was! Ich hab wieder keine Munition. Boah, Munition ist hier echt knapp, ne? Beobachtet den Feind, der kommt aus der Deckung! Muss nachladen, geht in der Deckung! Kann nicht vorrücken, zu gefährlich! Hab einen! Okay, wieder Muni alle. Kann nicht weiter! Legt ihn um, verdammt! Ja, bitte! Ramata, raus! Ziel erledigt! Schaut sie raus! Okay, greife Ziel an! Ziel erledigt! Dankeschön. Tango bewegt sich! Legt ihn um! Hinterm Gepäck! Macht ihn kalt! Die sind erledigt! Kann nicht weiter! Ziel erledigt! Ziel erledigt! Höh! Er ist ungedeckt! Naja, ich will... Waffe wechseln, genau. Feindlich! Ach, feindlich! Gegner erledigt! Ich muss echt mal mit Waffen wechseln spielen, das kommt nicht häufig vor in Spielen, dass man die ganze Zeit Waffe wechseln muss. Geil, Gott, verdammt! Was? Geil, Gott, verdammt! So! Umschalt links, Umschalt links, springen... ...und die Magazine. Wer weiß, was uns erwartet. Schlimmer ist, dass draußen kann es kaum sein. Hey, Vorsicht, Luni! Nein, er hat ja recht. Was draußen passiert ist, war nicht schön, Lugo. Aber wir wurden gezwungen. Und ich weiß auch von wem. Ich muss hier erstmal ein bisschen Munition sammeln oder gucken, dass hier eine Munitionsbox ist, weil... ...echt knapp, Alter. Ich bin nur am... ...nur am Waffe wechseln während dem Kampf. Das geht gar nicht. Na gut, gehen wir mal hoch. Ein bisschen Munition habe ich. Habe ich ein bisschen mehr bei der... ... deswegen bleibe ich jetzt mal bei der Waffe. Habe ich hier ein bisschen Munition? Ne. Da, da, ne. Gut. Dann machen wir weiter. Macht euch bereit! Ui, ui, ui. Ich bin echt, also ich bin gerade in der Folge ein bisschen sprachlos. Sorry dafür, aber das war schon hart. Bei dem Post vor. Was zum Geier! Phosphor! Ich schwör's, diese Scheiße will ich nie wieder im Leben sehen. Seht mal. Marken. Von wem? Conrads Kommando. Ich kannte die Männer. Hört mal. Nicht besser als ich. Das verspreche ich Ihnen. Er weiß, dass wir hier sind. Ich konnte Sie nicht mitreißen. Da haben Sie gemeutert. Dumm an einem Ort wie diesem. Ich werfe Ihnen nichts vor. Sie glaubten, das Richtige zu tun. Aber um die Ordnung aufrechtzuerhalten, war es nötig, ein Exempel zu statuieren. Colonel, ich bin Captain Walker. Captain Walker. Ja, ich erinnere mich an Sie. Es war in Kabul, oder? Sie haben sich dort bewundernswert geschlagen. Colonel, bitte. Um was geht es hier? Um's überleben, Captain. Schlicht und einfach. Alles hier ist am wanken und droht zusammenzustürzen. Aber das wissen Sie ja schon. Den Rest müssen Sie selbst rausfinden. Willkommen in Dubai, Gentlemen. Also, kommen Sie raus, Captain. Was ist denn los, Walker? Wir lagen falsch. Nicht Radio-Man beherrscht Dubai. Er ist nur in Lakai. Wie, Russ? Es ist Conrad. Er hat das alles hier getan. Okay. Und was jetzt? Wir spielen mit. Fürs Erste. Ja. Ich mag es nicht, wenn man mich warten lässt. Ja, ja. Dann gehen wir mal runter hier. Du hast den Kerl also gekannt? Das dachte ich. Eine sehr kühne Behauptung. Zu sagen, Sie kannten mich. Als ich in Kabul unter ihm diente, war er ein Ehrenmann. Weil ich Sie gerettet habe? Ich habe viele Leben gerettet, Captain. Und noch mehr beendet. Ja, das sind Soldaten, die retten und beenden leben. Also, das, was sie retten, müssen Sie wahrscheinlich das Doppelte dafür beenden. So, jetzt sind wir auf die Straße gegangen. Da waren wir schon mal so ähnlich. Huch, ich muss da lang. Ich verstehe das alles nicht. Keine Sorge. Das kommt noch. Da sind Scharfschützen. Kein Grund zur Sorge, Captain. Die Scharfschützen sind nicht für euch. Was soll der Scheiß hier? Das ist Dubai, Captain. Das hier ist mein täglich Brot. Ich habe die Ordnung, aufrechtzuerhalten. Ohne Sie wären wir alle schon längst tot. Das ist ein Test. Ja, so ist es. Der Zivilist da rechts hat Wasser gestohlen. Ein Kapitalverbrechen. Der Soldat links hatte den Auftrag, ihn festzunehmen. Das hat er getan. Und dabei die ganze Familie des Mannes umgebracht. Fünf unschuldige Menschen sind tot. Nur weil diese zwei S-Tieren sich nicht beherrschen konnten. Verstehe. Wir sollen entscheiden. Was denn? Lass uns verschwinden. Lugo hat recht. Lasst uns abhauen. So weit weg wie möglich. Es reicht. Offenbar nicht, denn wir sind noch hier. Sie sind schuldig. Aber was ist Gerechtigkeit? Und wie würden Sie richten? Das ist ein Befehl, Käpt'n. Wer lebt? Wer stirbt? Richten Sie über diese Männer. Oder Sie teilen ihr Schicksal. Das geht nicht, Walker. Ja, nichts wie weg hier. Und wohin? Die haben uns umstellt. Was ist jetzt, Käpt'n? Seine komplette Familie getötet hat. Nur weil er Wasser gestohlen hat. Ist eindeutig eigentlich eher der Böse. Weil auch wenn er den Befehl bekommen hat, ihn festzunehmen, hat er nicht das Recht, seine Familie zu töten. Und deswegen... Ja. Was? Ne. Was? War das denn jetzt? Hä? Achso, ich hätte nur einbefreien dürfen wahrscheinlich. Gut, ich dachte, man könnte es schaffen, uns beide zu befreien. War ein Fehler. Dann sterben beide. Also ich glaube... Wenn ich jetzt nochmal die Chance habe... Ja, ich habe nochmal die Chance. Ich überspringe das mal. Das geht nicht, Walker. Ja, nichts wie weg hier. Und wohin? Die haben uns umstellt. Geht denn der... Na, endlich. Lade nach! Ja. Hüten Sie die Gefangene! Nein! Ich tolte keinen Ungehorsam. Hä? Bin nun unterwegs! Was? Wieso? Was habe ich jetzt gemacht? Hä? Ich habe eines, sollte einen befreien. Das war der... What the shit? Oder muss ich einer schießen? Oh Mann, das musst du auch erst mal verstehen. Ich dachte, ich muss sie befreien. Das geht nicht, Walker. Ja, nichts wie weg hier. Und wohin? Die haben uns umstellt. Das sind aber eigentlich nur vier, oder? Wir sind drei. Ich mag das jetzt noch ausruhen. Vielleicht schafft man beide zu befreien. Was ist jetzt, Captain? Attacke! Alter, wie schnell man da tot ist. Keine Chance. Keine Chance. Ja, aber das sind ja eigentlich nur vier. Das muss gehen. Ich meine, das muss einen Sinn haben, dass du das Seil durchschießen kannst. Das geht nicht, Walker. Ja, nichts wie weg hier. Und wohin? Die haben uns umstellt. Eins, zwei, drei, vier. Das sind nur vier eigentlich. Ähm. Was ist jetzt, Captain? Sie haben keine Zeit mehr. Ich muss nicht... Geht in Deckung, verdammt! Okay, ich bin dabei! Oh Gott, ich brauche Hilfe, Walker! Ja, verstanden! Alles klar. Nö. Nö, die beiden Gefangenen waren tot. Die kann man, glaube ich, nicht retten. Alles klar. Befehlverweigerung, sie dienen gar nicht. Nein! Los, gehen wir! Walker, was ist hier los? Ich zeige Conrad, dass er sich in mir getäuscht hat. Ja. Wir müssen wohl beide noch viel lernen. Aber ich fürchte, Ihre Lehrstunde wird schmerzhaft kurz ausfallen. Denken Sie dran, Captain. Sie hatten Ihre Chance. Ja, das ärgert mich jetzt. Hätten wir jetzt einen befreien. Na gut, ich muss nicht mit meinen Entscheidungen leben. Ich dachte vielleicht, dass man es schafft, die zu befreien, weil ich ganz ehrlich... Na gut. Ja, dann haben wir es tatsächlich nicht. Uh, eine Farmers. Habe ich noch genug Muni? Ausnachladen. Ah, das hätte ich in Grenzen. Ja, man hätte vielleicht einen befreien können, aber... Ja, ja, wir sind unterwegs. Ja, ja, wir sind unterwegs. Ja, wo sind noch Ziele? Au, alter. Oh, was, RPG? Wo ist RPG? Oh, shit. Oh, da, 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 da. Ich muss nachladen. Schalte die scheiß Rotflitte aus. Greife an. Nehme auf... Netze. Seel am Boden. Und jetzt? Er schießt den Mist, Jack. Okay, bin dabei. So, das ist auch weg. Dann haben wir oben noch einen. Ich schütt mich im Behen. Oh, jetzt krieg ich die Muni wieder knapp. Welche Schwuchflinte? Ne. Ja. Am, am, am. Guck mal, du kannst ihn gar nicht treffen. Oh, nein. Wir, keine Munition. Das gibt's ja nicht. Oh, ich hab... Ah, ich hab sogar... Ich kann nicht sehen. Ah, die aber auch nicht. Los, komm. Hab wieder ein. Diese Soldaten waren ja schnell weg. Da wär ich nicht so sicher. Vorwärts, weiter. Sucheschutz. Das machen wir schnell. Rück raus. Aufpassen, Sie rücken vor. Au. Ah, ha. Ja, ich hab keine Muni, Leute. Da bewegt sich einer. Einer kommt aus der Deckung. Können wir wieder was tun, weil ich... Wir brauchen dringend einen Runterschlupf. Oh, ja. Scheiße. Ach, der Schwerenbeschuss. Na, die Schruppeln ist echt scheiße eigentlich. Ja. Das ist schon wie nichts eigentlich. Au, 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 au. Hab ich nicht die Schruppeln da aufgehoben? Jetzt. Muss nachladen. Feind ausgeschaltet. Au. Können wir mal was tun? Okay, dann gehen wir mal weiter. Hallo, muss das sein? Feind bewegt sich! Er hat doch keine von uns. Warte, warte, was? Scheiße. Delta, er schießt sie. Er ist ungedeckt. Leg ihn um. Was, Delta? Au. Bei was? Ja, aber sobald ich einmal rausgucke, bin ich im Arsch. Mädels. Ihr habt's Muni. Ich nicht. Das Ding ist... Achso, ja gut. Ist ja ein bisschen die weg. Werfen gar lauter! Ich glaub, die sind schon weg, okay. Los jetzt! Dann geh ich mal weiter. Lala, lala. Kontakt! Rechts von dir! Ich kann nichts sehen! Feind bewegt uns! Und bleib liegen, verdammt! Da steht alles nicht, sie brechen durch! Hinterher! Ach, ich dachte, der gehört zu uns, will uns Unterschlupf geben. Ah, shit. Werfen Kanate! Ich bombe bei dir gerade alles in Kanaten. Oh, 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 oh. Ich hab Muni. Munition. Munition. Hat der noch Muni? Ah, der hat... Äh, ich muss mal kurz wechseln. Und dann hier Ära drücken. Dann hab ich auch wieder Munition. Ja, da links. Das muss doch so wehtun in so einem Samsturm. Wie Schleifpapier dann. Ich weiß, sie hören zu, Karne. Also passen sie auf. Dieser Krieg ist vorbei. Dubai wird evakuiert werden. Und sie wird man ihres Kommandos entheben. Ja, eindeutig. Eindeutig. Und damit bis zur nächsten Folge bei Kapitel 10.